Servus und Tag zusammen! Ja, heute hier große Packaktionen bei mir. Es geht nämlich darum, meinen Futterrucksack zu packen. Ich werde nämlich jetzt drei, dreieinhalb Wochen unterwegs sein. Und da muss ich mir natürlich ganz genau überlegen, was nehme ich für welchen Anwendungsbereich mit. Und wenn ihr diesen Beitrag seht, werde ich dann wohl sicherlich schon zu Hause sein. Aber nichtsdestotrotz werde ich euch mal einen Überblick geben, was ich alles dabei habe, wenn ich so drei, dreieinhalb, vielleicht sogar auch vier Wochen auf Fototour bin. Viel Spaß wünsche ich euch! Heute heißt es mal nicht, das Runde muss ins Eckige, sondern hier in diesem leeren Fotorucksack muss das alles hier und noch einiges mehr heute noch rein. Warum und wieso, das erzähle ich euch jetzt gleich. Fangen wir mal mit den Kameras an. Ich werde mitnehmen, die Sony A7C und die Sony A6700. Passend dazu habe ich mich jetzt mal beschränkt auf folgende Objektive. Wir haben hier einmal das Tamron 18-300mm, das Tamron 17-70mm und das Sony G 10-20mm Weitwinkel. Das werden die drei Objektive sein, die ich für APS-C mitnehme. Und dann habe ich zusätzlich noch das Sony 18-105 4.0 für die Sony A7C. Ja, warum die Objektive? Weil das die Objektive sind, mit denen ich am flexibelsten unterwegs sein werde. Ich verzichte ganz bewusst diesmal auf Festbrennweiten. Und warum und wieso, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr dann die Videos seht zu der doch etwas ausgedehnten Fototour, die ich jetzt mache. Was man natürlich nie vergessen darf, genug Ersatzakkus. Und daneben seht ihr das schon, Speicherkarten. Logischerweise hier alles, was ich so für Bild und Ton brauche. Hier natürlich was, um die Kamera dran zu klippen. Dann runter das Filterset. Ob ich es tatsächlich nehme, bin ich mir noch gar nicht sicher. Weil ich ja doch in der letzten Zeit doch gerade Langzeitbelichtungen immer häufiger mit dem Smartphone mache. Aber da ist noch eine kleine LED-Videoleuchte mit dabei. Und in den beiden Kästen ist so ein Kleinkam drin, um SD-Karten, ja, den Speichereinhalt drüber zu ziehen. Aufs Notebook, Ladekabel, Ersatznetzgeräte oder Netzteile. Genau, hier nochmal ein Druckluftspray. Blasebalk ist auch in einer von diesen schwarzen Packungen drin. Hier aber doch mal zusätzlich Druckluftspray. Hier nochmal eine Stirnlampe, damit ich dann auch, wenn ich nachts und am Abend fotografiere oder frühmorgens die Hände frei habe. Ja, genug Objektivtücher. Logischerweise sollte man auch immer dabei haben. Und hier, ganz witzig, braucht man eigentlich nicht. Habe ich aber jetzt das erste Mal dabei. Ein kleiner Drucker. Und das dazugehörige Druckerpapier. Weil ich ja über diesen ganzen Trip auch noch ein Fotobuch machen werde. Allerdings in etwas anderer Form. Und zwar geht das Ganze so in Richtung Polaroid. Also Teilanalog nenne ich das jetzt mal. Ja, Stative habe ich jetzt noch nicht hierbei. Seht ihr ja, die fehlen jetzt hier noch. Die habe ich jetzt noch nicht dazu gelegt. Ich werde zwei Reisestative mitnehmen. Ein kleines und ein etwas größeres Reisestativ. Ja, externes Ladegerät für die Akkus. Logischerweise nehme ich noch mit. Und das war es dann eigentlich schon. Wie gesagt, ganz bewusst verzichte ich auf diese lichtstarken Festbrennweiten. Die nehme ich diesmal nicht mit. Sondern ich werde mir hier das Leben etwas leichter machen. Mit den Telezoom-Objektiven. Genau. Da habe ich ja auch einiges dabei, was relativ lichtstark ist. Und ich denke mal, das dürfte für meinen Anwendungsbereich dieses Mal reichen. Ja, dann würde ich sagen, ich melde mich gleich nochmal, wenn der Rucksack fertig gepackt ist. Ja, und schon ist er fertig gepackt, der Rucksack. Wie gesagt, das hier der große wird hauptsächlich der Transportrucksack sein. Und für die Fototouren selbst habe ich dann hier noch einen kleinen Rucksack dabei. Was ich jetzt nicht gesehen habe, was ich natürlich dabei habe, ist das DJI Osmo Pocket 3 Creators Kit oder Creators Combo. Genau, aber mit der für mich ja gerade, wie gesagt, die habe ich natürlich auch noch dabei. Das war es jetzt schon. Jetzt habt ihr einen Überblick darüber, was ich alles jetzt dabei haben werde die nächsten Wochen. Und wie gesagt, vielleicht seht ihr sogar, oder habt ihr in der Zwischenzeit sogar schon ein paar Fotos und kleine Clips gesehen aus dieser Zeit. Denn wenn ihr dieses Video seht hier auf YouTube, da werde ich dann schon wieder zu Hause sein. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Geht raus, macht Fotos, genießt es. Euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur. Und wie gesagt, ich kann da saw,